Ja, also Uli Hoeneß muss mal wieder zum Finanzamt und weil er so ein schlaues Kärlchen ist, hat er sich gedacht, ich zieh einfach nichts an, ich geh einfach nackt, damit die mir nicht noch mehr abnehmen können. Aber denkste, als er nach einer halben Stunde wieder rauskommt, da hat er vorne und hinten ein Schild und da drauf steht, Gas und Wasser abgestellt. Ey, sag mal, bist du bekloppt oder was? Hier, Sonne knallt, da musst du hinklicken. Oder da, letzte Folge, Occupy Bands Butze mit LeFloid, Schlangi, was willst du? Abonnieren, genau. Schlangi ist so schlau.